Gut, dann gehen, renn, ist dir überlassen. Ich renne jetzt Richtung Splitter, weil er muss dann zu mir kommen. Immer. Zwangsläufig, irgendwann. Hattest du vorgezogen? Nee. Nee, doch, doch, hattest du gemacht. Doch, ich hatte vorgezogen. Du hattest dich auf den Bauch geschmissen und ich hatte vorgezogen. Ja, Vespertilio ist dran, letzte Aktion. Wenn Vespertilio wieder dran ist, ist es eine neue Runde, dann habe ich mich nicht vorgezogen. Genau, das ist, genau, richtig. Vespertilio beendet jetzt seinen Zauber. Möchte jemand vorziehen? Nein. Ja. Ja, oder nicht? Helder. Helder möchte vorziehen. Helder, zieh vor, Abel, mir ist dran, 515. Ich schieße. Der Balestrino, mittlerer Ziel, plus 2, also Mensch, sehr nah wahrscheinlich, minus 2. 2 Meter? Ja, also plus minus 0. Vespertilio ist hier unbeweglich, minus 4, oder? Oh, Mann. Unbeweglich kann es nicht sagen, sofern man jetzt hier lebt. Stillstehend, also. Stillstehend. Stillstehend. Minus 2. Er ist nicht stillstehend. Niemand, der lebt, ist einfach so stillstehend in einem Kampfgefecht. Lass uns gerade mal schauen. Leichte Bewegung, stillstehend ist sowas wie, wenn du auf eine Tür schießt. Deine Tür ist unbewegt. Der hat leichte Bewegung, plus minus 0. Außer er sagt an, dass er unbeweglich ist. Dann sind sie aber F-15. Dann sind sie aber F-15. Oder plus minus 0, alles. Ja, dann schieß. Denk dran vor, der hat man dann an Initiative 0, der hat nur eine Aktion pro Kampfrunde, der Magier. Ja, ich weiß. Betroffen. Ja, macht den Schaden. Wahrscheinlich plus 2, ne? Durch die Entfernung. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich gespannt. Der Bolzen macht, glaube ich, auch nochmal 2 Schaden mehr. Aua. Ja, der macht, ja. Seine Konstitution, die von Vespertilio ist 11. Dann ist das eine Wunde. Das ist eine zweite Wunde, ne? Das sind zwei Wunden. Das sind zwei Wunden. Soll ich den Treffer zu dauern? Ja, wenn du den Kopf machst, dann... Nur in den Torso, also Nummer 2W6 zusätzlich. Sind das zwei Wunden? Weil er bei einer 6er Wundschwelle mit der 14 drüge ist. K.O. 11. Ja, Spindel, doch, Maria. Ach, der hat eine älter K.O. Und denk an, der gesenkt der Wunde. Genau, 2W6 Blutungsschaden noch für den Magier. Moment, wenn er eine 11 Consti hat, dann ist da eine Wundschwelle gegen Bolzen bei 4. Ja. Achso, dann ist es sogar noch... Das heißt, der Junge kriegt eine dritte Wunde. Ähm, 4 plus 6... Plus 6, nein. Warum plus 6 plus 6? Also die Wundschwelle... Die erste Wundschwelle ist... Die Wundschwelle-Motivation werden ganz am Ende eigentlich jetzt aufgerechnet. Die erste Wundschwelle ist bei minus 2. Die erste, nicht jede, nein. Dann habe ich mich vertan. Weiter, bitte. Das sind zwei Wundschwelle-Motivationen in den Torso. Da kann Abel mir schon mal die Situation beschreiben. Er ist nicht tot, aber er bricht zusammen. Ja, nachdem ich den einen Söldner weggeschubst habe, halte ich die Ballestrina in Hüfthöhe und drücke ab und der Schuss fetzt durch ihn durch und tropft an der anderen Seite von seinem Bauch wieder hinaus. Magiekunde für Eldern und Abel mir. Das ist magische Analyse. Sinnschärfe für immer. Na, keine magische Analyse. Jupp. Acht Punkte. Weiteres Schießen von Rotzen. Von der Plagenbringer. Die schießen nicht auf uns, die schießen auf. Die schießen auf die offene See, auf was wisst ihr nicht. Sinnschärfe ist gelungen, dann fällt es euch allen auf. Als der Magier zu Boden geht, fängt sein Regen an zu leuchten. Bricht aber zusammen, ist kampfunfähig. Eldern, du bist auf den 10. Ja, ich ziehe vor und sage, tötet ihn. Alle angreifen. Ich meine, er steht locker so 10 Seiten an. Ja, die haben bisher noch nicht gehandelt. Dann werden die jetzt... Die zerhexeln ihn jetzt. Ja, die zerhexeln ihn jetzt. Ich glaube, das müssen wir nicht weiter beschreiben. Der Spindeldürre-Magier wird von Pfeilen gespickt. Und einige Dolche, die dann, nachdem der Pfeilbeschuss aufgehört hat, werden ihm dann mehrere Dolche in den Bauch getrieben, in den Rücken und der Kopf abgeschnitten. Ömer. Rieke zufrieden. Ömer richtet sich auf und nimmt ihn später im Tuch wieder an sich. Und schaut dann zu Eldersmaier und sagt, wir müssen weg. Als freie Aktion sagt er natürlich, wir müssen weg. Ja. Rieke von Hublet zieht vor und rennt einmal auch wieder hier durch dieses Glas hindurch und steht dann hier einmal eine Aktion Position, nimmt allerdings schützend die Hände hoch, damit sie selber nicht jetzt von einem Pfeilhagel angegriffen wird. Macht dann einmal Meldung. Rieke von Hublet, Hauptfrau der Seekrieger, wird dann nicht nur freie Aktion sprechen, sondern wird dann auch den Rest aufgeben, um Meldung zu machen. Melde mich von der Seeadler. Splitter in Empfang. Zunehmen. Das ist ihre Aktion, hat er vorgezogen. Jalan, 18. Ich weiß noch nicht, wie ich mich rechnen will, aber ich renne schon mal zu Wibhorn. Ich kriege ihn jetzt zu hauen, wäre einfach doof. Ja, du kannst das auch gerne ausdiskutieren. Helena Fackelhand und Trismagena setzen beide zu einem Ignisfero Flammensturm an, der dann die Lederschwingen auf eine gute Entfernung dann aus der Luft zerfetzen, während die anderen sie dann gegenhalten, die Söldner, sodass die zumindest nicht getroffen werden. Das ist dann die Aktion, bla bla bla. Ahmad, du kannst weiter Lederschwingen zerschnetzeln oder irgendwas anderes tun? Nö, also ich bin hier gerade in meinem Element. Äh, Kiaras, möchte laufen zum Splitter? Ja, ich bin jetzt letzte Runde, glaube ich war jetzt letzte Runde, bin ich ins Haus reingelaufen. Jetzt sehe ich ja auch diese Szene vor mir. Äh, ja, selbstverständlich, wie gerade irgendjemand Meldung macht, den du nicht kennst, offensichtlich mit den anderen angekommen. Die kanntest du aber von dem Kontor. Und ich muss gerade überlegen, ja, Vespertilio Organo, der Schattenmagier, der gerade zerschnitten wird. Ja, den jetzt schon wieder. Ömer, ist es noch sicher? Und ich laufe auf Ömer zu. Ich halte meine linken Hand bereit, die hat ja so einen wunderschönen Klingenfänger, und den könnte ich zum Splitter greifen, ohne ihn anzufassen. Aber ich laufe auf Ömer. Du laufst zu Ömer. Und beschauen wir die Lage. Ich nehme euch nochmal hier die Magdalena Nata weg, die nerven nämlich nur. Gut, und Vespertilio, den lasse ich euch dann noch liegen. Wie gesagt, Kopf abgeschnitten, der ist hoffnungslos tot. Seine Artefakte leuchten noch nicht mehr, da ist dann wohl irgendwas abgebrochen. Background. Dann ist die, ja, Palligan beendet seinen Zauber, Aquasfero, und den setzt er im Gegensatz zu Helene der Fackelhand und Trismagena nicht auf die Leder schwingen, sondern auf das Falkenbanner, die leichte Infanterie. Das könnte die hier voll zerreißen, die haben keine Rüstung mehr. Das ist eine gute Idee, das machen wir. Also wenn der die hier irgendwo hier rein sitzt, hat er auf jeden Fall die beiden Falkenbanner da voll zerrissen, und die werden dann alles schwerst angeschlagen, die sind auch tot. Perfekt, machen wir. Was machen eigentlich die Jungs hier oben während der Zeit? Die laufen ebenso auf die Leute zu, und die Schützen bleiben stehen. Die werden den Kreis, also 70 Leder schwingen, wie gesagt. Ich habe jetzt nicht alle reingezogen. Ihr seid auf alle Fälle da dann gut kämpfen. Könnt ihr dann aus der Luft fischen, und das wird sich dann demnächst auch auflösen. Jetzt auch gerade, wenn jetzt Trismagena und Helene Fackelhand ihre irgendeine Sphäre da reingeschossen haben. Aber ich frage sie auch mal gar nicht. Natürlich, die haben die ganze Zeit mitgekämpft. War auch nur, weil Trismagena halt in der Nähe landet. Ach Mensch, ja, der ist visible. Ja, weiteres Rotzen, Schießen, Rotzen, Feuer, und ich muss gerade überlegen, Kiaras hatte gezogen, Paldikan, Ömer wäre glaube ich noch dran. Ja, Ömer dreht sich Richtung Kiaras um. Was nun, wir müssen hier weg. Und was ist das? Und er zeigt Richtung Turike. Er verrückt also seine Runde mit mir sprechen. Mhm, nächste Kampfrunde. Die Leder-Schwingen kämpfen, Eldan Gorbas. Wir sollten zurück zur Arche. Jetzt. Wir sollten die Plagen lieber nicht abwarten, sondern ihn davonfahren. Ja, Ömer sagt mir eine Freien Aktion niemals. Sie hält immer noch die Hände abwährend hoch, damit sie selber nicht angegriffen wird. Aber sie, also sie trägt auch auf alle Fälle dann die Rüstung, die, naja, die, äh, die Leute eben auf der Seeadler tragen. Es gab keine Ahnung, als wirst du mit der Seeadler. Sie wird als Seeger-Destin vermutlich irgendwie keine seitliche Uniform noch anhaben. Klar. Hauptfrau der Seekrieger. Also die sieht schon vertrauenswürdig, T.M. aus. Ich hab, also du hast sie auf alle Fälle gesehen, als damals, äh, also auch... Ja, ich bin ja nicht da. Ja, ja, so. Also, ähm, auch, ich muss gerade überlegen, Kiaras war ja auch kurz auf der Seeadler, äh, als in Kuntium angegriffen wurde. Du wirst sie sicherlich doch da gesehen haben. Und sie ist zusammen mit den anderen gekommen. Wiebunden kannst du erkennen? Trismagen auch auf alle Fälle. Helena Fackelhand, da hast du bisher noch nicht gesehen. Sehe ich, dass, äh, Ömer mitgenommen aussieht? Ömer sieht jetzt erstmal wieder aufgepeitscht aus, ja. Ja, ich halte praktisch meine linken Hand entgegen mit, äh, Klingenfänger auf, steck ihn dabei. Was? Wo? In, also meine linken Hand, das kannst du ihn praktisch reinstecken, damit man es wie eine Zange halten kann, damit du es nicht berühren musst. Äh, äh, wir sollten es... Wir brauchen noch eine Decke, um es noch weiter einzuwickeln, und dann tun wir es da rein. Sagt er und schaut sich um eine Decke der Decke. Irgendwann hat jetzt vorgezogen seine Runde wieder verplappert. Gut. Er wird verplappern die Runde. Möchte Abel mir noch irgendwas tun? Ich würde gerne den Zauberer pländern, in die Kette von Halbziehen und den Ring, glaube ich, hat der ja, oder? Glaub ich. Ich muss gerade nochmal schauen. Ein Amulett kannst du dir abziehen. Dann kannst du deine beiden Runden rum. Äh, die Robe gilt eben auch, das kannst du auch erkennen. Allerdings ihn jetzt auszuziehen wäre, ähm, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ähm, er hat einen Zauberstab dabei. Aus poliertem schwarzen Holz. Also, Amulett und den Stab. Okay, dann nehme ich beide mit. Gut. Kann ich das Wort hier lieber auch zumachen? Äh, Jalan. Vor dir steht Wieborn, hat gerade seine beiden Balestriners verschossen. Wieborn! Die haben wir uns rauszuboxen, aber um uns auf die Eier zu gehen. Greifen, Mond. Fang an zu kämpfen! Kämpfe schon länger, als ihr überhaupt hier seid. Er zieht zwei Säbel und läuft dann auf die Lederschwenk zu. Ich halte mich ganz dicht bei ihm. Also immer mindestens in Griffreichweite. Okay. Er transversalisiert sich eben nicht raus. Ähm, er wird das bemerken und während er dann auf dich oder auf die Lederschwenk zuläuft, äh, ist kein, kein regeltechnischer Sprint, er möchte, äh, dich so ein bisschen wegboxen, weil ihm das einfach, also nicht wirklich boxen, aber mit der Schulter gegen dich stoßen, weil ihm das zu viel, zu viel Nähe ist. Ich rangele noch ein bisschen zurück. Ja, rauf. Möchtest du Angriff an, möchtest du Parade haben? Äh, er versucht dich weg zu, weg zu ringen oder weg zu raufen und das würde ihm auch gelingen. Du würdest dann also, vielleicht, wenn du nicht parieren kannst, stolpern. Kraft, wenn ich die 17 habe, das schaffe ich nicht. Dann stolperst du, 1w6-Initiative-Verlust. Okay. So, wie wohnt das durch? Achmat, äh, über dir ein Feuerregen, Wasserexplosion. Ähm, du merkst wohl, wie viele Spritzer Unwasser gegen deine Rüstung perlen. Ähm, was andere zerreißt, ist bei dir quasi egal. Allerdings gehen jetzt viele, äh, zersprengt auf den Boden und, äh, ja, sterben blutend aus. Ja, äh, Achmat, immer noch so ein wenig im Kampfrausch, ist, äh, erstens über diese Entwicklung, ja, schockiert. Ähm, schaut nach links, wo gerade eben noch seine Kameraden standen. Schaut dann, ja, dieser Einschlagsort an, wie er knapp dem Trudern dronnen ist. Oder zumindest denkt er das. Und das bestärkt ihn nur in seinem Denken, dass Rondra ihm beisteht. Und, ja, ich würde mich dann wieder ins dichteste Getümmel hier unten schmeißen. Gut. Neben dir Jadwiga von Luring, die Vizekapitaner, die du, ja, auch auf der Seeadler schon gesehen hast. Die sich jetzt eben so mit zwei Säbeln, äh, bewaffnet, wie ein Pirat das eben normalerweise tun würde. Denn die Harderlumpen von Sani sind alles an Piraten, äh, ja, zerhacken, dann Lederschwingen. Dann nick ich ja mal grimmig zu, wenn ich sie erkenne. Ja, sie nickt grimmig zurück und, äh, ein Lächeln ist aufgelegt bei ihr. Und es werden weiter Lederschwingen geschnetzelt. Gut. Palliga, äh, fliegt auf das Dach. Kiaras. Ja, ich nehme meinen Regenmantel, der wahrscheinlich schön direkt ist, pack dir etwas übers Hände rum. Los, ja, jetzt drehe ich mich da an. Ja, irgendwann packt er die Hände raus aus dem Mantel, packt um den Mantel herum und schiebt den Splitter samt dem Stück vom Mantel, damit das ganze Ding nicht mehr zu sehen ist in die, in die, äh, in die Greifzange von, äh, von Kiaras Waffe. Äh, Turike, ja, wird wieder auch reden. Gebt mir den Splitter, wir transversalisieren. Schnell. Ist das sicher? Wir haben Trismalgena. Transvers was? Sie sieht zumindest überzeugt davon aus. Ich kenne sie aber, oder? Ich habe sie schon gesehen. Trismalgena kennst du? Ähm, Turike von Hablet? Sie lief auf der Seatler um mir. Weiß nicht genau, was sie da gemacht hat, aber sie sieht kompetent aus wie ein Krieger. Äh, gut, ich vertraue dir. Ich packe das Bündel und stopfe sie in die Hand. Ein lauter Schrei. Irgendeine widerliche Schlange. Du erkennst es, Kiaras. Du hast schon gegen diese Wesen gestritten. Ein gigantischer Karakil. Du kannst sie nicht sehen, aber hören. Der sich euch nähert. Die nächste Fraktion, die im Kampf um den Splitter anröhren kommt. Beeilt euch. Und ja, ich ziehe dann schon wieder Waffen. Ich denke mal, den durchbrauchst du nicht. Deswegen behalte ich den und warte, bis sie weg ist, bevor ich mich dann wieder ins Kampfgetümmel stecke. Äh, stoße. Nächste Kampfrunde. Die Lederschwingen und die ganzen Söldner werden weiter gegeneinander kämpfen. Die Lederschwingen sind mittlerweile so aufgereben, dass die Söldner wieder ein bisschen Luft schnappen können. Nur noch wenige, die jetzt den Himmel bevölkern. Und, äh, einige, die noch weiter mit verbrannten Flügeln umherflattern. Ellen Gorbaz, 14. Äh, mein Plan ist, dieser Frau hinterherzulaufen. Der Hauptfrau, der Seekrieger. Mhm. Ja, sie greift jetzt das Bündel, was Kiaras geschnürt hat, sodass der Splitter nicht mehr zu sehen ist. Kneift ihn, äh, greift ihn sich um die, äh, um die, äh, unter den Arm. Ähm, und springt dann aus dem Fenster. Du kannst hier, äh, du kannst hier folgen. Ich gebe den Leitschutz. Acht Schritt. Die andere Aktion machte sie zum Greifen. So, Elda, das feiert ich, ähm, Mabelmeer, 15. Ich würde rausrennen, zur Tür, und mich wieder orientieren, gucken, schauen, oder ja. Das Endurium-Korps, von dem du selber noch nie was gehört hast, ist auf dem Weg. Ein gigantischer, alles, ja, einnehmender Karakiel mit einer gigantischen Holzplattform unter sich, äh, erreicht den Ort des Geschehens. Du kannst auf alle Fälle erkennen, wie dort eine gigantische Kreatur steht, die dort auf einer Plattform steht und sich dann, ähm, aus einer Höhe von ungefähr 18, 20 Schritt auf den Boden fallen lässt, während der Karakiel, ähm, ja, zum Landeanflug runtergeht. Weitere grimmige Personen, die dort noch auf der Plattform stehen und warten, bis der Karakiel weiter, äh, angekommen ist, während der Holzgolem, ähm, ein kleines Beben verursacht, als er dann runterspringt und die schweren Tonnen auf dem, äh, Boden aufschlagen. Ja, dann. Ich, ich packe Viburn, zeig einfach dahin, Dorkstein, vorwärts! Ähm, Viburn, stößt dich wieder beiseite. Wieder ein Raufenangriff, der Schafter. Hm, jetzt muss ich mir mal eine wunderbare Nacht der Parade, da bin ich dagegen. Ja, schon wieder stolpern, eine Aktion von uns. Ja, genau. Schade, diesmal nicht. Dann verlierst du keinen V6. Aber weiteres Geranken, also, er hat auf alle Fälle auch gut Wut gegen dich. Ja, die können wir hier erstmal schön abbauen, aber er bleibt, also, ich bleib bei ihm, oder? Ja, läuft auf den Karakiel zu, er ist da nicht sich zu schade, sich auch gegen die zu sterben. Aber wenn ich irgendwie, vermutlich welche es nicht können, darf ich irgendwie den Rest der Söten annehmen, um hier mitzulaufen, dann... Das kannst du machen. Ich, äh, entferne jetzt die Lederschwingen, der Kampf ist, äh, aufgelöst, das macht hier keine, keinen Sinn mehr. Ja, Moment, Achmat sollte ich vielleicht nicht löschen. Ach, Fischmann. Da ist der Wermis Gullmaktar, der, äh, lebt noch. Auch wenn er dann nur von irgendwelchen Stiefeln vielleicht zertreten wird, oder so etwas, aber... Du hast nicht mehr viele Söldner, viele sind es nicht mehr, das sind Fünfe Einheiten, ne? Diese hier, als Fünfe Einheiten. Außer da, ich bin ja der Söldner. Ich werde Wermis einfach mal als Objekt, äh, verfrachten, damit er hier gegen bleibt. Ja, du kannst dir dann, äh, die Söldner an dich binden, wenn du möchtest, und dann gemeinsam mit Vivo und, äh, den übrig gebliebenen Söldnern dann auf sie losgehen. Achmat, in deinem Rücken hörst du den Schrei des Karakils. Kenne ich Lido Dorkstein? Per Lido Dorkstein kennst du nicht, nein, aber dein Gefahreninstinkt triggert ein weiteres Mal zum heutigen Tage und, äh, du spürst, äh, Rondras Wut in dir aufsteigen. Ein Belhadapaktierer, der sehr, sehr nah ist. Achmat würde auf jeden Fall sich, da die Lederschwingen ja scheinbar auch abhauen, äh, ja, sich umdrehen und sich dieser neuen Gefahr stellen. Achmat fühlt sich gerade sehr gut. Er hat bereits die ersten Feinde in der Schlucht, in die Flucht geschlagen. Jetzt sind es die nächsten, die er in Rondras' Namen zerschmettern wird. Und er erwartet die neuen Herausforderer. Du bist noch unverletzt, ne? Äh, ich hab, glaub ich, einmal Schaden bekommen, weil ich gegen die Wand gelaufen bin mit einem Sturmangriff, aber ansonsten... Richtig, richtig, stimmt. Gut. Der Karakil mit der Plattform hat den Holzkolem abgeschmissen, fliegt gerade ein weiteres Mal über dich hinüber und ist mittlerweile auf einer Höhe von ungefähr fünf Schritt abgestiegen. Da springen von dieser Höhe vier Gesteine hinunter. Der Karakil selber fliegt weiter. Mit einer Sinnschärfeprobe könnt ihr mehr erfahren. Oh yeah. Ähm, alle, die draußen stehen. Okay. Würde ich auch noch, ähm, Abel mir zugestehen. Mhm. Sieben über neuner schweren ist maximal. Oh wow, ich hab's über geschafft. Oh. Zwei Personen verbleiben auf der Plattform. Äh, der eine, der eine ist auf euch auf alle Fälle bekannt. Tigrim Aijalut, die Speikobra, die sich damals auf den Karakil gesetzt hat, um die, äh, Botschaft zu überbringen. Zumindest Jalan kann ich wiedererkennen. Auch wenn er nicht lange damals in der Mine war, aber diese Person gehört definitiv zum Enturiumkopf. Eine weitere Gestalt, die er allerdings stützen muss, befindet sich dort ebenso. Mehr, ähm, naja, ein Blob als eine menschliche oder humanoide Gestalt. Dieses Ding ist so karyptid verwest, dass es vielleicht mehr als Wasserleiche durchgeht. Fliegt weiter. So. Kurz orientieren, Ahmad. Äh, Kierras, du möchtest, ähm, Turikir? Ich geb hier Gleitschutz. Schau nur hoch. Äh, ich muss fliegen lernen. Und, äh, achte da, aber schau mich weiter nach Palligan um, dass ich seine nächste Attacke abfangen kann. Mhm. Palligan, fliegt jetzt auf dich und euch zu. Und zwar... Hm. Ich überlege gerade. Warte, warte, warte. Gebt mir mal... Gebt mir beide mal... Also, Eldar und Kierras, gebt mir mal eine Mutprobe. Da hat Kierras nochmal Schwein gehabt. Und, äh, Palligan greift Kierras an. Ja. Komm, ja, komm, ja. Ja. Komm, ja, komm, ja. Finte, oder was war das? Finte 10, genau. Ja, ich... Er hat nicht Stiff gesagt. Er hat nicht Stiff gesagt. Das ist richtig. Er hat nicht Stiff gesagt. Das ist egal. Ja, ich sehe ihn kommen und ich habe eine magisch verstärkte Körperkraft, also haue ich, versuche ich das natürlich zu parieren. Ich bin so arrogant. Ja, bitte. 25, das kriegst du natürlich. Yes! Fuck! Wow. Na gut. Wow. Ich fange ihn einfach ab, rutsche wahrscheinlich so ein paar Schritte im Schlamm zurück und grinse ihn einfach nur an. Carino, der Meisterfechter. Gut, damit ist die Aktion durch. Ömer, willst du sie auch begleiten oder was möchtest du tun? Nein, nein, Ömer wird diese Runde hier zum Fenster hin hechten und dann einen Pfeil auflegen. Gut. Runde vorbei für Ömer. Nächste Kampfrunde. Jemand zieht vor, Eldan kann nichts tun. Turike von Hublet stößt ein Dolch in die Seite von Kiaras. Das war ja klar. Und, ähm, dadurch, dass, würfel mal eine Intuitionsprobe. Um das überhaupt, äh, ja, aber, ne, sie, sie, sie ist nicht im Kampf, sie, sie meuchelt dich, also, ähm, ist eine Intuition. Ja, gut, aber ich hab auch... Er kann nicht gemeuchelt werden, weil er aware ist. Ja, ja, also, würfel mal eine Intuition. Okay, vielleicht kann ich... Du hast noch ein Schiff, ja, du hast noch ein Schiff. Den schiff ich. Den schiff ich. Jetzt musst du gleich mit beiden kämpfen. Okay, sehr gut. Ah, gut, gut, gut. Ähm, also, sie kann dich nicht meucheln, das ist richtig, aber sie wird dir auf alle Fälle dann, äh, ohne dass sie an der Parade zusteht, den Dolch, ähm, in dein, ja, in deine Brust rammt. Ja, komm, direkt gezielter Stich in die Brust. Gezielter Stich, gezielter Stich bei Kiaras. Hast du ne Rüstung? Natürlich hab ich ne Rüstung. Was denn für eine? In der Brust hab ich ihre Anrüstung. Okay, ich würfel einfach mal. Ist die 18 angekommen? Nein, die ist nicht angekommen. Ich hab auch mal Glück, ich hab 18 gewürfelt, aber sie kam nicht an. Fünf? Ja, es hat genug erinnert. Ich darf auch mal Glück haben. Oh, Mann. Gezielter Stich, du kannst nicht parieren, dann würfelt sie jetzt ein W plus vier. Sind neun, das ist höchstwahrscheinlich eine Wunde. Da hab ich zwei Wunden. Wohin? Oh, zwei glaube ich nicht. Das gucken wir uns mal an. Also doch, wenn du eine Wunde kriegst, kriegst du automatisch die zweite. Ne, du kriegst immer eine. Du kriegst immer eine, aber die Wundschwelle sind zwei gesenkt. Richtig, du kriegst bei Crit kriegst du die zweite, die hast du. Bauch. Bauch. Aua. Ich hab ne Viererrüstung im Bauch. Ja, aber die wird ignoriert. Nein, Hälfte beim gezielten Stich. Nein, Hälfte als Erschwernes. Na gut, dann krieg ich ne, ja klar, stimmt. Also du kriegst jetzt neun Schadenspunkte ab und deine Wundschwelle ist um zwei gesenkt. Wahrscheinlich ist das eine Wunde im Bauch, oder? Also eine zusätzliche. Genau, das sind zwei Wunden. Oder ist das drei Wunden bei dir? Ne, das sind keine drei Wunden. Also neun Schaden. Deine Rüstung wird ignoriert. Ja, ich hab eine Wundschwelle von sieben. Genau, dann kriegst du eine Wunde und eine zusätzliche durch den, äh, durch den gezielten Stich. Und zwei bis sechs Blutungsschaden noch. Genau, zwei bis sechs Blutungsschaden. Und dann ist die Sache durch. Dann kommt die Selbstbeherrschungsprobe. Dann kommt die Selbstbeherrschungsprobe. Und dann ist Palligan dran. Ja, dann kann ich... Und Elr... Und sie kann jetzt Blutungsschaden gar nicht gewöhnen, Trosti. Äh, die muss, äh, Kiaras bitte würfeln. Kann Kiaras selbst auswürfeln. Dann ist das wahrscheinlich nicht geschafft, oder? Mhm. Dann gehst du jetzt auf. Es sei denn, du verbrennst dein... Na gut, Chibi verbrennen würde ich jetzt, glaube ich, noch nicht empfehlen. Das könntest du vielleicht später machen. Hm, nein, ja. Nö, dann wäre nicht... Dann gehst du jetzt... Drei Kampfrunden. Dann bist du jetzt, äh, kampfunfähig. Äh, Palligan. Ist das egal, der schlägt jetzt trotzdem zu. Das Tauten hat gewirkt. Ja. Oh. Wenigstens hasst er dich. Alter, du schaffst das. Er hat eine Attacke von 20. Er weiß, dass du nicht parieren kannst. Er sagt einfach mal einen Wuchtschlag 5 an. Oh, ganz knapp. Sind 1w6 plus 11. Rechnen wir 5 zu, sind 15. Nee, das ist die erste Attacke von Dario und Palligan. Die erste. Was trifft er? Vielleicht zieht er noch Rüstungsschutz. Moment, die erste. Er hat doch gerade eben ohne stirbt zu rufen. Oder war sie jetzt durch? Nein, das war die nächste Kampfrunde. Er zieht vor. Oh, okay. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 19 hatte ich jetzt noch. 5, 10 ins rechte Bein kommen. 5, 10 ins rechte Bein kommen. 5, 10 ins rechte Bein kommen. Das ist eine Rüstung. Wenn ich auf 4. Sei froh, dass er nicht stirbt gerufen hat. Ich kriege da Gegnerwitz Rüstung, oder? Äh, das ist eine Rüstung. Da hast du Rüstung. Auf 3, 10 im neuen Start. Dann kriege ich noch eine Runde. Gut, das war die erste Aktion von Turike und die erste Aktion von Palligan. Das gucken wir uns später nochmal an. Ich greife darauf zurück. Leder Schwing, äh, Eltern, du bist dran. Jetzt kannst du erkennen, wie plötzlich Kiaras ins Straucheln kommt. Äh, eine Attacke in seinen Rücken. Äh, wo auch immer jetzt Palligan hergekommen ist. Was willst du tun? Ja, plötzlich finde ich auf die Alte. Auf die Alte? Ja, auf die Alte komme ich nie durch mit 3 Erschwerden. Dann hau rein. Eine Aktion. Willst du noch eine zweite Aktion machen? Äh, ja. Ich brülle. Soldaten, tötet sie! Mhm. Sie schlägt... Tareta! Wie, wie, wie ist ihre Attacke jetzt erschwert? Bei einer MR von 6? Hat sie 2 Punkte. Das ist dann 1,1. 1 Punktattacke. Okay, äh, sie wandelt um mit einer Plus 4 und schlägt nach dir. Plus 2 von deinem, äh, Blitz-Dich-Find. Das ist ne plus 6. Ne, plus 1, nur. 1, einer geht auf Parade. Okay, also, äh, plus 4 fürs Umwandeln. Plus 1 sind plus 5. Ja. Damit würde sie dich treffen. Das ist vermutlich schlecht für mich. Die immer noch blutenden Säbel, den sie gerade eben, Kiaras, äh, in das Fleisch gestoßen hat, wird jetzt um, rumgewirbelt. Das Sterben der Helden hat begonnen. Wann macht sie denn? Achso, Entschuldigung. Äh, sind nur 1 plus 5 sind 6 TP. Rüstung kannst du... Unglaublich! Unglaublich! Ich hab keine Wunde. Keine Wunde? Ja! Wow! Hm, ab mit mir. Unglaublich! Vielen Dank.